Ah, das sieht gut aus oder was? Ja, perfekt. Liegt direkt daran an. Nice. Ich werde das eröffnen. Hau ich gleich mal ein bisschen Holz rein. Nice. Und jetzt? Oh, das sieht schon einigermaßen cool aus, ne? Sieht schon einigermaßen cool aus. Boah. Wollt ihr nur noch das Dach oben fertig, dann wird das bestimmt noch sehr geil aussehen. Guck mal kurz. Ja, geht. Perfekt. Perfekt. Oh. Dahin. Dorthin. Nice. Kommt da jetzt oben auch raus? Kommt sogar Rauch raus. Geil. Geiler Scheiß. So, komm her. Noch mehr. Geht doch. Fünf Stück gleich. Hallo. Ich wollte nur noch... Dankeschön. Egal. Jetzt hab ich ein paar zu viel, aber ist egal. Guck mal, das Haus ist fertig. Die Struktur vom Haus ist jetzt schon mal komplett fertig. Oh, das sieht schön aus. Guck mal, ich kann sogar von hier die fliegende Inseln sehen. Oh. Woll ich nicht. Ach, guck mal. Hä, warum geht das denn hier? Warum geht das denn nicht auf den anderen Server mit dem Rausscrollen? Auf dem anderen konnte ich nicht rausscrollen, so wie jetzt gerade. Da konnte ich nicht so immer aus der Serpe Person wechseln. Komisch. Ja, ja, Leute. Wir sehen schon sehr cool aus. Wir sehen schon echt sehr cool aus. Ah, warte mal. Ich hab ja noch ein bisschen Metall gefunden. Eigentlich könnte ich mir noch gleich einen zweiten Schmelzofen bauen. Ich muss ja irgendwann dazu greifen. Eigentlich könnte ich mir noch glatt noch einen zweiten Schmelzofen bauen, weil dann geht das ein bisschen schneller mit dem Metall. Guckt euch das an. Ich brauche ja nur ganz kurz losrennen. Dann habe ich schon wieder so viel Metall, dass das Schmelzofen gar nicht mehr daherkommt. Oh, ich bin echt noch einen zweiten? Nein. Ich bin mir gerade nicht schlüssig. Aber ich muss immer noch gucken, wie hier jemand voran kommt. Ich glaube, ich könnte mir schon ein bisschen machen, ne? Narkotik. Ähm. Ja, vier Stück kann ich machen. Na, komm schon. Das wären schon mal vier Pfeile. Boah, das ist aber nix. Vier Pfeile ist nichts. Ich brauche mehr. Weil ich will wirklich, ähm, jetzt so schnell, wie es geht, einen fliegenden Flugsaurier besorgen. Dafür brauche ich einfach mehr. Viel, viel mehr. Ich weiß auch nicht, ich zocke einfach sehr gerne in SirPerson, deswegen ich das gerade mache. Ach, Töberleck ganz kurz. Müsste gleich losgehen. Hui. Hui. Ich weiß auch nicht, das hat der Töber aber schon immer. Aber ich finde, damit kann man nehmen. Ich weiß auch nicht, das hat... Es kann sein, dass nur ich das habe, irgendwie. Das ist der Töber bei mir, deswegen mein NUT-Typen. Der ist ja bei meinem PC auf, äh, ne, bei meinem Internet, glaube ich, auf strikt sogar. Ich weiß das gar nicht mehr. So, ey, das hat mich bis jetzt noch nie interessiert. Ja, man, außer bei Black Ops. Da habe ich es schon öfter gehabt, dass ich da irgendwie mit einigen Leuten nicht spielen konnte. Weil das hat einfach nicht liegen. Warte mal, Handschellen kann ich... Ich kann Handschellen cruffen. Was? Handschellen? Seit wann gibt's Handschellen? Wurstung, Schettin. Pelz, okay. Schilde brauche ich auch nicht unbedingt. Waffen, da, primitiv. Na, Kampf, schwer, das hier. Wer braucht dafür? Leder brauche ich nur noch. Ich brauche noch Leder, nice. Wolva, ich will das Gewehr. Also, wenn dann nämlich ein Gewehr. Den Rest will ich nicht. Hier, genau, hier. Leder brauche ich. Ich brauche nur noch Leder. Einige, was ich brauche, ist Leder. Okay, dann muss ich irgendwelche Viecher hier... Irgendwelche Viecher jetzt sinnlos umbringen. Ah, hier haben wir hier ein paar Dots in der Nähe, ne? Die waren ja hier unten. Auf der Ecke waren, glaube ich, die ganzen Dots. Ja, da sind die schon. Hey, Dots, ähm... Nichts gegen euch, aber ich muss euch jetzt leider... den Gaus machen. Es tut mir echt leid, aber irgendwie auch nicht. Heller mit. So, da ist noch einer. Moin, Dots, was denn geht? Sorry. Tut mir leid. Tut mir nicht leid. Egal, die kommen, die kommen wieder. Den gibt's gut, den geht's gut. So, haben wir noch mehr hier in der Nähe? Ah, das ist echt... Der Wald ist sehr friedlich. Ich werde den auf jeden Fall abholzen. Früher oder später. Aber wieso ist der Wald so friedlich? Normalerweise in Wäldern immer... Immer, wenn ich in Wäldern reingehe, Insekten ohne Ende. Das ist immer das, was ich in Wäldern finde. In Ark. Insekten ohne Ende. Und hier? Gar nichts. Der ist komplett leer. Hau nur einen Haufen Dots und das war's. Ich meine, was ist denn los mit mir momentan? Warum habe ich denn so ein Glück? Warum nur? Ich meine... Why? Normalerweise habe ich doch immer das Pech... Of Doom. So, jetzt sind wir wieder zurück zum Haus. Das sieht man ja, ne? Also das Haus kann man ja schon von Weitem einigermaßen sehen. Feuer natürlich an. Oh. Oh. Warte mal, eigentlich, wenn ich so einen Kamin habe, ne? Dann dürften doch die Eier da auch gebrütet werden. Also von Dots und anderen Tieren. Das müsste doch dann rein theoretisch gesehen auch gehen. Egal, ich nehme jetzt mal das hier mit drüber. Herstellen. Narkotik-Pfeile. Wo sind die? Da. Teubungs-Pfeile. Jo. Herstellen. Miau. So, hier rüber. Wo habe ich die? Wo habe ich das? Leder, 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 Leder. Da. Leder. Oh, ich habe schon so viel Leder. Egal. Ähm. Nein. So war das. Aber hier oben. Primitiv. Genau. Erstmal auf Schwert. Hm. Darauf. Was brauche ich jetzt noch? Metallbahn. Erst brauche ich wieder eine Metallbahn. Okay. Hau ich mir dorthin. So. Nice. So, wo muss ich jetzt? Hier haue ich meine Dach rein gehauen, ne? Ja, genau. Wisst ihr was? Ich teile es jetzt ein bisschen auf. Hier haue ich jetzt mein ganzes altes Equipment rein, was ich jetzt nicht mehr brauche momentan. Weil ich dafür schon zu krass bin. Hau ich hier mein ganzes altes Equipment rein. Und dann mache ich hier Materialien, glaube ich. Also so Ersatzmaterialien. Damit ich schon mal, damit ich immer etwas habe. Nicht viel, aber immerhin etwas, was ich sterben sollte. Damit ich mir nicht immer wieder alles neu gecraften muss. Nice. Oh, ist das cool. Oh, eigentlich ein Schwert. Oh, das ist geil. Das ist geil. Jetzt muss ich nur noch wieder ein Gewehr craften. Aber das kann noch ein bisschen dauern, weil da muss ich noch sehr viel leveln, glaube ich. Warte mal. Ich habe ja hier Punkte ohne Ende, ne? Kann ich doch bestimmt ganz easy schon das Gewehr freinschalten. Wo brauche ich das denn? Scrollen, scrollen. Da müssen wir jetzt irgendwo langsam auftauchen. Yeah. Oh, das ist doch spannend. Müssen wir scrollen. Da ist die Flinte. Kanone, was? Kanone, WTF. WTF-Kanonen gibt es hier. Wow. Es gibt so viele neue Scheisse, die ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Das ist echt geil. Na, kann ich einfach alles nehmen oder so? Also, das fehlt mir wirklich so ein bisschen. Das ist einfach hier so ein Tastik, wo du einfach alles nehmen kannst. Boah, wie viel denn noch? Yeah. Yeah, 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 yeah. Das Ding auch nochmal. Ja, 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 ja. Yo. Yo. Ja. Yo. No, nochmal. No, nochmal. Ne, ja, ja. Heller mit, heller mit. Boah, wie viel denn noch? Boah, mein Gott. Aber ich würde langsam sagen, Leute, ich mach das irgendwann privat oder so, kurz vor der nächsten Aufnahme, weil ansonsten klicke ich mich hier dumm und dämlich. Na, Raketenwerfer. Yo. Yo. Easy going. Und Tresor habe ich auch noch nie gesehen. Okay, Leute, ich würde sagen, den Rest schalte ich dann irgendwann, ich werde jetzt erstmal nicht mehr alles freischalten, das werde ich dann irgendwann nach der Aufnahme machen, weil sonst ist die ganze Zeit nur Bing, 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 Bing. Und, boah, das geht mir selber sogar schon auf den Sack wie sonst was. So, wieder 9.300 Jahre. Das wird, denke ich mal, reichen, um alles freizuschalten und wirklich alles jetzt direkt zu nehmen. Demnächst. Oh, ein Stego haben wir hier. Der wird 52. Okay, dafür reicht meine Narkotikfalle bei Länge nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre jetzt den Easy umbringen mit meinem Schwert. Was ist mir so aufgefallen? Es ist noch nicht einmal dunkel gewesen, einfach noch nicht einmal dunkel gewesen, seitdem ich aufnehme habe. Ich bin jetzt schon seit einer Stunde oder ein und einem Stunde am Aufnehmen außer, außer, außer natürlich der der ersten Folge. Das war ja die ultimative Dunkelheit, die erste Folge. Oh Mann, jetzt haben wir noch mehr Metall. Nice. Dann würde ich sagen, farm ich jetzt noch ein bisschen Metall. Hau das ja alles schön rein in den Schmelzofen. Aber wenn wir dann wirklich bei der nächsten Aufnahme-Season eine Menge Metall haben. was der Scheiße heißt. 400. 500 Metall. 600 Metall. 700 Metall. Verdammte Scheiße. Wow. Wow, einfach nur wow. Wenn ich überlege, wie lange ich auch auf anderen Servern daran gesessen hätte, so etwas zusammenzukriegen. Oh, ich brauche schon mal Wasser. Die brauche ich dafür bestimmt, ne? Die müsste auch Wasser geben. Ja, gut, dass du die. So, ich hau mal ganz kurz zu viel rein, bis es auf 200 runtergegangen ist. So, level ich das einmal bis 160 und dann gehe ich erstmal auf, äh, Wasser. Weil Nahrung habe ich immer genug, aber Wasser nicht. Und bevor ich dann ja das Wasser mitten in der Wüste oder so ausgeht, wäre schon blöd, ne? Dezent. Aber erstmal wieder auf Metall gehen. Erstmal wieder auf Metall. Oh, ne. Ah. Hey, wo wir weiter hin? Weil das Problem ist, da, wo ich gerade bin, da gibt es gar nichts. Da gibt es einfach gar nichts. Also, wenn ich hier jetzt irgendwie Wasser brauche, wenn ich jetzt irgendwie Wasser brauche, unbedingt, da werde ich hier sehr lange suchen müssen, um irgendwas zu finden. Metall, aber habe ich ohne Ende. Das ist nice. Komm gleich wieder, fast schon wieder 700. So. Was mache ich jetzt? Stein weghauen. Genau. Fallen lassen. Ja, gut, ich kann mich wieder bewegen. Nice. 1394 Metall. Krass. Sehr. Verdammter. Scheiß. Wo ist der Eingang? Ne, war ich auf der Seite, ne? Ja, hier war der. Da muss ich hin, zu dem Schmelzofen. Oh, das ist einfach so viel. Es ist einfach so verdammt viel. Besonders hier tausend. Noch was rein. Ich bin jetzt bei 1816. Tut mir leid. Ganz kurz verlesen gerade. Wow. Das ist krass. Das ist sehr krass. Worauf gehe ich denn jetzt? Egal. Ich mache irgendwann anders. Das mache ich irgendwann anders. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich muss erstmal warten, bis so ein ganzes Fleisch verrottet ist, damit ich mir eine Kurde-Qualle machen kann, um mir einen Flugsaurier zu holen, weil ich will jetzt nicht da stehen mit einem Knüppel drauf einprügeln. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das Letzte, was ich jetzt noch vorhabe. Mit einem Knüppel auf dem Dino-Ei zu prügeln. Oh Mann, das wäre so lame. So verdammt lame. Ich gehe scheiß drauf. Ich hole einfach noch mehr Metall. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Da habe ich halt bei der nächsten Aufnahme fast 1000 Metallwaren, aber hey, egal. YOLO. Da kann ich mir erstmal richtig geilen Scheiß bauen. Ich will mir irgendwann auch überlegen, ob ich mir ein Metallhaus bauen sollte. Aber ich werde jetzt erstmal auf Metallrüstung gehen, danach auf die ganzen Metallwaffen, damit ich wirklich high-end bin. Dafür brauche ich erstmal eine Waffenfabrik, also eine Fabrik, glaube ich. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, weil mit Fabriken habe ich jetzt noch nicht gearbeitet, oder? Doch, glaube ich. Ich glaube, auf dem Zerber hatte ich mal eine Fabrik, aber mit der habe ich nicht lange gearbeitet, weil die abgebaut wurde von irgendeinem blöden Wichser. Wie gesagt, ich habe halt schon mal auf dem Zerber gespielt und da wurde meine Bars halt schon mal komplett abgebaut. Da habe ich ein T-Vex gehabt. Habe ich sogar mit Vortex immer noch aufgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte nur irgendeiner von damals. Das ist sehr lange her, als ich mit ihm das letzte Mal was aufgenommen habe. Ich bin auch überlegen, ob ich ihn mal wieder herhole, zum Aufnehmen. Weil der ist ja schon ganz oft bei mir, aber ich habe halt nie mehr großartig was aufgenommen in letzter Zeit. Also nehme ich das hier nochmal drüber. Kann ja nicht ausgemacht werden hier. So, immer drei öffnen. Metall haue ich hier mal rüber. So, ich brauche aber noch Holz, damit es auch wirklich die ganze Nächte jetzt durchbrennen kann auch. Dafür brauche ich auch noch eine ganze Menge Holz. Ansonsten bringt mir das nichts und dass das Metall da drin ist, wenn ich kein Holz habe, zum Brennen. Das wäre ein bisschen useless. Ich habe mal kurz so 400 Holz oder so, dann müsste es eigentlich locker reichen. Na komm, obwohl eigentlich, ich weiß nicht, wie das geregelt ist, ob ich wirklich pro Eisenbarren auch wirklich einmal Holz brauche. Das weiß ich nicht. Das könnte sein. Ich habe mich damit bis jetzt auch, ehrlich gesagt, noch nicht einmal auseinandergesetzt. Richtig? Das ist ja egal. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall, was ich jetzt habe an Holz. Muss einfach reichen. Ansonsten würde ich nämlich gleich die Aufnahme beenden für heute. Dann kann es mal sein, dass erst mal längere paar Tage wieder keine Folgen kommen. Weil ich bin jetzt immer noch nicht bei zwei Stunden. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja komm, ich nehme jetzt zwei Stunden auf, aber dann würde ich die ganze Zeit nur rumrennen und abbauen. Na gut, mehr will ich auch nicht machen. Aber wenn ich jetzt einfach mal die Aufnahmesebene für heute beende und nächste Woche weiter aufnehme, dann habe ich halt schon mal Metallbaren ohne Ende. Und dann kann ich schon mehreren Stuff wieder machen. Weil jetzt muss ich erst mal nur noch warten, bis es hier fertig ist. Und das kann dauern. Sehr, sehr lange dauern. Ich tippe das mal so bei 2480, würde ich mal sagen, auf zwei, drei Stunden, bis es fertig ist. Mindestens. Und dann werde ich heute auch nichts mehr aufnehmen, weil ich werde mich jetzt gleich direkt hier nach wieder an Dark Souls ransetzen und spielen. Weil Dark Souls ist einfach meine Schwäche. Das Spiel liebe ich einfach. Ich liebe es einfach. aufnehmen werde ich wahrscheinlich nie. Oder vielleicht doch irgendwann mal alle drei Dark Souls-Zeile hintereinander durch und Bloodborne. Weil ich einfach mal Bock drauf habe, irgendwann vielleicht. Aber momentan einfach nicht. Also weil es einfach so gigantisch ist. Dark Souls ist einfach so gigantisch. Da bin ich halt selber noch momentan am Suchten. Weil ich sitze auch wirklich an einem Dark Souls-Teil an die 100 Stunden bei, wenn ich privat spiele. An einem Account, bis ich durch bin. Und wenn ich das auf YouTube hochladen würde, jedes einzelne Ding, also wirklich das ganze Spiel auf YouTube hochladen würde, da wäre das einfach mal von einem Run schon an die 100, 200 Folgen. Weil ich, ich nehme mir wirklich Zeit, wenn ich das Spiel durchspiele. Ich will wirklich alles haben, bevor ich neues Game Plus zum Beispiel mache. Metall. Okay. Würde ich mal sagen, fahre ich mich noch für Metallrüstung demnächst. Dann kann ich auch schon mal die machen. Rüber damit. Oh ja. Die Pike bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Die Metall-Pieke bräuchte ich eigentlich nicht, wenn ich schon mal das Schwert habe. Brauche ich mal hier rein. Dann das erste Ding ist ja momentan mein Stuff-Teil, wo ich den ganzen Stuff reinschmeiße. Pika auch mal hier rüber. Steinax kommt auch hier rüber. Wo ist das andere? Oder habe ich noch was anderes gehabt? Nee. Nee, genau. Nur Pika und Metall-Axe. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Gut, da habe ich hier meinen ganzen Stuff drin. Für später. Dann würde ich mich ehrlich gesagt hier oben ausloggen. Oder beim nächsten Mal wieder weiter aufnehmen. Oh, ich will unbedingt zu dieser Insel. Ich will zu dieser Scheiß-Insel unbedingt rüber. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich brauche mir jetzt ein Boot, schwimmen rüber zur anderen Insel und mache da einfach weiter. Alles wird so blöd. Ich werde mir Flugsaurier besorgen und dann auch rüberfliegen. Egal, wie lange es dauert. Ich will da rüber. Guck mal hier, ich habe andauernd die Flugsaurier vor der Nase. Ach, guck mal, es wird sogar dunkel. Es wird sogar gerade dunkel. Ey, was ist das für ein gutes Timing? Was ist das denn bitteschön für ein top Timing? Genau jetzt, wenn es dunkel wird, würde ich die Aufnahme wählen. Okay, Tür ist auf jeden Fall zu. Wow, das sieht aber schon echt sehr nice aus, Ark. Ark sieht schon sehr nice aus. Ich meine, so Witcher 3 ist immer noch schöner, weil es erinnere mich gerade so ein bisschen an Witcher 3 mit diesem goldenen Sonnenuntergang. Das ist ja alles, das ganze Gras so leicht gold leuchtet, leicht vor allen Dingen. Ach, das leckt auch gerade ganz kurz. Es liegt wahrscheinlich an meinen NAT-Typen, NAT-Typen. Ich werde mal in einem Tutorial mal schauen, wie ich den ändern kann. Weil ansonsten habe ich die ganze Zeit immer irgendwelche Internet-Lag-Probleme. und das ist ein Scheiß. Der ist am Stüssel. Ich gehe mal noch mal ganz kurz nach oben. Hier oben kam mich keiner. Hier oben kam mir keiner, was? Dann würde ich sagen, lock ich mich, obwohl hier könnte, ich könnte eigentlich noch... Schade, ich habe kein Holz mehr. Ich werde jetzt hier demnächst nochmal eine Tür reinbauen, damit ich noch sicherer bin. Dann bin ich richtig safe. Hoffentlich. Hoffentlich. Ach, der Kamin sieht so schön aus. Aber den werde ich jetzt ausmachen. Der braucht ja nicht unbedingt an sein, wenn ich nicht da bin. Das wäre ja Schwachsinn. Ich meine, der ist ja... Den habe ich eigentlich nur gebaut für die Deko, wenn ich ehrlich bin. Mach ich nicht nur für die Deko? Das hier wird noch dauern. Sehr lange. So, aber bevor ich eure Zeit noch weiter sinnlos verschwende, würde ich sagen, beendet ich diese Aufnahme. wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, das kam gerade nur zuvor, ne? Ja, kam gerade nur zuvor, okay. Ist egal, was ich gerade hatte, ist komplett egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, eineinhalb Stunden habe ich aufgenommen. Jo, das sind ein paar Folgen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich nehme jetzt wahrscheinlich Samstag wieder auf. Ich weiß noch, weiß noch gar nicht. Aber ich denke mal schon. Ich kann eigentlich, wenn ihr wollt, kann ich auch mal den Serverzeigen auf dem ihr aufnehme. Also die IP und den ganzen Shit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich bin noch gar nicht. Schlauhe, muss mir drauf gefallen. Geiler Scheiß. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss.